Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams. Die Chance! Fantastisches Tor! Diese Technik, die ist überragend! Fantastisch! Sie spielen sich schon in einem kleinen Rausch. Davids, jetzt den präzisen Pass spielen. Tor für Manchester United. Ein Wechselbad der Gefühle. Einfach und haltbar. Ich lege mich da fest. Kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Nach 30 Minuten ist... Ja, ein Schuss! Ja, da war der Torwart schon. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. De Piero! Da haben sie am Treffer geschnuppert. Raphael Leao, gutes Auge, guter Pass! Er bringt ihn! Ja, dann geht es plötzlich ganz schnell in die andere Richtung. Aufs lange Ecke zirkelt. Er zieht auf! Er steigt hoch! An die Latte! Cristiano Ronaldo! Weltklasse Technik! Das ist die Möglichkeit! Coming on the field! Fielbank, Überpfosten! Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Immer wieder diese Momente, in denen du weißt, es waren nur wenige Zentimeter, die mich vom Tor erfolge getrennt haben. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentopf, Zuschauer sind da, Ausfang auf der Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt. Es war wolkenlos und die Wetterführer, hat er gesagt auch, es soll aufs Abschluss! Vielen Dank, lieber Pfosten! Jetzt ist was möglich. Jetzt den präzisen Pass spielen. Berg, er hält drauf! Er flankt es. Und noch eine Chance!